Ich habe es schon gesagt, ich möchte euch einen eigenen Song von mir vorspielen. Und für diejenigen, die vielleicht gestern schon hier waren, die könnten den schon kennen. Und zwar ist der Song gewidmet, dem Film Die Bestimmung. Das kennen wahrscheinlich manche von Art. Vielleicht die älteren eher, weil da ist glaube ich erst aus zwölf. Aber vielleicht kennen den auch die jüngeren. Und ich habe einen Song für diesen Film geschrieben, weil er mich so inspiriert hat und ich den so toll fand. Und wenn ihr alle schon zwölf seid, könnt ihr euch den gerne angucken. Und leckt auch nochmal das Lied dazu an. Ja, das muss man ein paar Jahre lang. Ach ja, auch nicht. Das Lied ist Can't Go Back. Ich habe vergessen zu sagen. Das Lied ist Can't Go Back. Das Lied ist Can't Go Back. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018